Hallo Mopo-Zuschauer, ihr seid jetzt hier in meinem Wohnzimmer und ich freue mich sehr, euch hier bei mir zu haben. Ich spiele gerade meine liebste Gitarre, die habe ich seit 1961 von einem Freund gebraucht gekauft. Und sie hat mich das ganze Leben begleitet. Sie lag 20 Jahre auf dem Schrank, unbenutzt, und ein Freund aus Wittenberg hat sie restauriert. So dass ich wieder mit ihr Konzerte geben kann. Viel Spaß!